Für 800... ...Headstone mehr gemacht. Yay! Party! Gucken, Wheadstone. Aber ein Chipsets, Wheadstone. Nice. Sowas, sowas liebe ich ja schon anfangs, ne? Chipsets... Ach, das sind... Komm, Chipsets. Okay, das ist natürlich auch geil. Aber sowieso massenweise Chipsets, Chipsets. Nee, Chipsets, Chipsets. Kann man die dann danach nochmal kombinieren? Also... Wie warst du jetzt Chipsets? Ähm... Ja, Chipsets zum Bauen, ne? Vom Pulswink. Also Basing und sowas. Ja. Wolltest du dich jetzt ransetzen, oder was? Mit welchem Strom? Mit welchem Strom? Keine Ahnung. Es gibt ja momentan keinen soliden Sturm, den ich hab. Na gut. Deswegen ist er grad wichtig, dass Lapis voll geht. Lapis... ähm... Da muss ich gucken, dass ich mal zwischen... Lapis... Lapis... Oh mein Gott. Mir fällt grad was ein. Ich brauch nicht nur einen Blast... Ich müsste mal mehr Blast für ihn spawnen. Blast... Blast... Blarners... Den großen will ich nicht bauen, der ist so teuer. Ja... Heul doch. Ich nehm den davon ab. Ähm... Woll fertig. Mh, Nessabuix. Könnte ich ja jetzt herstellen. Stimmt. Ich glaub Setzlinge sind... Stimmt. Ja... Generell egal, aber Hauptsache drei verschiedene. Den... 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 Von. 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 Vier. Von. rade. Weil, du mein. Von. Das mach ich jetzt nicht. das mache ich später weiter später ich habe so ein ding hier unten stehen dann machen wir mit der name der geht voll ganz viel was du scherz willst du nimmer als netherworks ach du scherz netherworks schweiß jetzt kein taserböcks ja wohl für blast finis blast finis blast finis muss ich auch nicht mal automatisieren müsste doch lava babbel mit also nicht dass das mit hand klick von oben da ist auch noch eine bütsch 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 gibt man die sachen jeder sind abgeschossen macht das mit item konto jetzt mit dafür gibt es eine testwelt freundlich freundlich keks kreik ich hätte noch lustig kann ich nämlich wenigstens Ist das da im Barrel oder so? Ja, so ist das da im Barrel. Ich stehe da rein. Einmal anschalten. Dann werden die rausgepumpt, gehen hier durch und landen da hinten alle. So, wie ist wenn du in dem Moment wieder joint? Wär ich? Hm, hatte ich mir grad ins Bett gelegt. Ich hätte nur noch gefühlt, dass du in dem Moment wieder gejoint wärst. Nee. Ah, kannst du von oben machen, okay. Okay. Okay, gut. Das läuft. Aber... Extract over is active. Haben wir zurecht hier gemacht. Insert. Machen wir das jetzt. Trinks. Nach dem... Machen wir das zum Bonemeal. Kann wir mal gucken. Hier gebrauchen. Okay, funktioniert, ja. Nimm mal was so. Den brauch ich eigentlich nicht mehr. Dann machen wir mal. Was kostet denn so ein Wack nochmal? Warte, Popo Wack? Popo Wack. Oder wie hieß das Ding nochmal, wo du die Items dranhängen kannst? Äh, Drywack. Drywack. Drywack oder Drywack. Äh... Zünder dranhängen. Dich selber. Was ist das Ding? Drying Rock. Slaps. Nö, mein Brotaniastab. So. So. Das ist momentan interessant hier. Plop. Plop. Sozusagen... Rein damit. Da muss ich mir echt noch was überlegen, wo ich die Sachen irgendwo hinhängen kann. Plop. Plop. So. Mach ich den da ran. Haha. Seht ein bisschen komisch aus, was das Ding in der Erde hinkt aber. Egal. Mach doch nix. So. Add. Logistik. Extract. Hier ist insert. Insert. Wir brauchen jetzt erstmal... Unward Transport Pipes könnten wir machen. Dann brauchen wir nicht so viel von den Basics verschwenden. Basics sind halt dafür da, dass der Energie kriegt. Hm. Wir brauchen ja halt erstmal den Logistics Power Chancen. Gesundheit. Und den Eisen, Redstone, das war's. Da brauchen wir den Solarin Station. Und später den... Nee, den Crafting Table war das nicht. Ich baue halt gleich dann noch Logistics Station... Nee. Nicht das Ding. Logistics Request Table. Mhm. Ach fuck. Kann ich gar nicht machen. Warum nicht? Du brauchst zwei Diashipsets. Na, GG, ne? Hm? GG. Ich weiß auch, wo man Diashipset bekommt, das ist Scrabble 7. Diashipsets? Ja. Aber du brauchst erstmal Diashipsets. Da brauchst du ja wohl auch nicht einige von. Da brauchst du ja auch ein paar mehr. Vermute ich mal sehr stark. Ja. Brauche ich ja auch. Kann aber auch erstmal eine Request-Pipe machen. Diamond Pipes haben wir noch, das ist gut. Extract. Äh, wo waren die? Hier, vier Stück. Sehr gut. Und hier sind schon mal die Hebel aus, die brauche ich schon mal hier nicht mehr. Die können schon mal hier weg. Deswegen lohnt sich halt, die Unwatered Transport Pipe zu machen. Dass wir die Basics sparen können. Wir brauchen Crafting Pipes. Dafür brauchen wir halt auch Basics. Das ist sowas. Dann, wir brauchen... Die Request... Da... Ne... Request Logistic Pipes. Okay. Ist auch nicht teuer. Eine Basic Logistic Pipes, ein Gold und ein... Eisen. Nämlich mal Basic. Hier. Hm? Nämlich mal ne Basic. Ja, eine Basic Logistic Pipes und Gold und Iron Gear dafür. Ja, das haben wir. Und das geht. Das sollten wir auch haben. Das Gold und so, was ich hier habe, ist halt für hier, für Botania. Und ich muss sowieso dazu uns jetzt hin. Wie gesagt, vier Deer Pipes habe ich noch. Eines brauche ich, um einmal so Basics zu machen. So. Kann ich gleich 16 Stück bauen. Na, ist aber mein Gott noch das hier ein bisschen. Dann brauchen wir, wie gesagt, dann brauchen wir die nicht verschwenden. Hm. Mh. Dann brauchen wir die Mk2. Mh. 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 ja kannst du die upgraden was anderes brauchst du die halten du kannst halt auch wenn du zum beispiel da automatisieren willst hast du doch bei skate gesehen dann kannst du halt machst du so eine du brauchst dass das machst du so eine mk3 dann hast du drei plätze frei für die module dann hast du ein extraktor modul rein ein item sack glaube ich hieß das ding dass er halt da rein führen kann er kannst du halt das item auch zuweisen was da nur rein soll oder nicht und dann halt noch die kraft das kraften modul das geht nämlich auch und machen mein daumen und das sieht ja eh keiner was diese hände gesicht die du machst wenn du was erklärst aber keiner keiner sieht das es ist echt so ein bisschen baller 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 bist du ja so wie du das problem ist halt provider logistik pipe mk2 damit gear der muss oben wieder definitiv weiter brennen der freund warte mal ich mach doch noch mal kurz botan hier weiter weil dann werde ich die euch halt erstellen und dann damit blöcke setzen er zu fahren ok nein nein place wort mein scharf 24 hermann hier 4 mama die erst ich brauche net für gold Und Flint, Iron. Ah, den fehlt noch. Ah, der hat mit. Kein Glas, kann ja nicht wahr sein. Machen wir das. Du hast Gravel, was ich dir klauen kann, ne? Hm? Ja. Du hast Gravel, was ich dir klauen kann. Sicher. Warum hast du mir eigentlich mein Compressed-Siebchen geklaut? Weil ich es hier stehen habe. Ich hatte meins verbraucht. Und Scheiße, du brauchst ja eins. Ah, Xenus hat eins. Der brauchst eh nicht mehr. Also erstmal hier. Da steht aber, dazwischen steht ja die Vakuum-Chests. Wo ich das noch automatisiert habe. Ja, ja. So.